Kein Puhar. Nicht gut für die Verhandlung. Deine Schuld. Wieso meine Schuld? Du hast die bösen Geister beschworen gegen Buffalo Hump, gestern im Tipi. Keine Kraft. Kein Frieden. Du willst Frieden? Darum geht es in die Verhandlung? Frieden mit den weißen Männern. Buffalo Hump kann nicht für Frieden sprechen ohne Puhar. Deine Schuld. Nein, warte. Ich habe dich nicht verzaubert. Ich habe bloß gebetet, zu meinem Gott gesprochen, weil ich Angst hatte. Aber ich habe dich nicht verhext. Das Ziel. Sie reden davon, Frieden zu machen. Mit uns. Mit allen Weißen. Was hast du ihm gesagt? Dass ich ihn nicht verhext habe. Es ist sie vielleicht... Es sind sie doch nicht so wild und gefährlich, wie wir dachten. Vielleicht gibt es doch eine friedliche Lösung für all das. Was? Mädchen. Ich weiß nicht, was du da tust. Von heute an gehörst du Starker Wolf. Warum hast du das getan? Warum hast du das getan? Die weiße Frau soll... Im Moment halten es weiß ich. Ich verstehe euch nicht. Was ist mit ihr? Was ist mit mir? Verschenkst du mich jetzt auch? Buffalo Hump braucht die Stimme von Starker Wolf im großen Rat. Was? Vielen Dank.